Momentan gibt es konkrete Planungen, die besagen, dass Luis Suárez, der momentan bei Gremio Porto Alegre spielt, zu Inter Miami wechselt. Damit wäre er der vierte ehemalige FC Barcelona Spieler, nach Lionel Messi, Jordi Alba und Sergio Busquets, der nach Südflorida ziehen würde. Und ich meine, wer würde nicht gerne Messi und Suárez wieder zusammen in einem Team spielen sehen? Beckhams Club hat auch schon die nötigen Vorkehrungen getroffen. Es gibt in der MLS limitierte Kaderplätze für ausländische Spieler und das Besondere hierbei ist, dass die Klubs diese Plätze untereinander aushandeln können. So hat es Inter Miami gemacht, denn der Klub hat 150.000 Dollar den San Jose Earthquakes überwiesen, damit die Inter Miami deren Kaderplatz überreichen. Was soll schon schief gehen? Inter Miami will, Suárez will. Porto Alegre will eher nicht. Seit Suárez in Brasilien spielt, hat er 16 Tore in 31 Spielen erzielt und aus diesem Grund würde der Verein seinen Schützling gerne halten. Doch Suárez möchte unbedingt wechseln und ist offenbar auch bereit, alle Gehälter, die er bereits bekommen hat, zurückzuzahlen. Was meint ihr? Wird es zum Wechsel kommen und werden wir Messi und Suárez noch einmal zusammen auflaufen sehen?